Das nächste Thema, das neue Bund. Was lehrt uns das neue Bund? Wir fingen in Sprücher, Vers 23, dass ihr baut als ein Licht, und dass ihr sagt, wie es uns, dass die Straf und die Zichtung als die Weg in dem Leben. Also auch am Haaren. Das ist was das neue Bund lehrt. Das neue Bund, das ihr baut, das ihr saßt, was wir uns nicht leren, gehörsam zu sein, das geht gleich weg. Was wir dauernd haben, das neue Bund, wo die Erfüllung ist, und das fingen wir in Matthäus 4, Vers 17. Da sagt das Kloa, dass ihr nicht seid, und dass ihr kommen seid, dass ihr saßt und die Profite wegzunehmen. und sie nicht gekommen wegzunehmen, aber zu erfüllen. So, nu würde ich euch gleich erklären, ich will euch nicht leren, dass Tchinger nicht bröcke, äldre Gehörsam sein, ein don für Ulte war. Aber wann das ein Gottesplan, dass die Erfüllung von das neue Bund passiert, dann lehnen sie sich nicht mehr an, die äldre Gehörsam sein. Sie sind die Gehörsamkeit, dass sie erfüllt wurden, von Gottes Jezus. Dort ist eine Gehörsamkeit, die die Erfüllung vollständig Respekt haben. So ist es ein Hebräer, auch verstehen, sei in der, dass Gott nicht ein Bund gebracht hat. Und was sagt er da? Er sagt, dass er nicht so ist, dass er schwer, dass die Väter, die in Israel noch keiner anbringt, hat er da, dass er eine andere Wache, und dort ist diese Erfüllung. Er sagt, dass er die Schrift sehen, dass er uns nicht nennen. So, und dort wird, wie wir alle anerkennen, das neue Bund, und unsere Kinder, und unsere Junges, und unsere Miales. Dort, wenn die wirklich unter den Heiligen, die Erfüllung kommen, dann bröcke wir aus Äldren nicht, weil er etwas verstanden ist, dass jemand mit dem Herrn erkannt hat. Du möchtest mich mal gehörsam sein, dass ich es ihr schon mal sehen. Wenn es Gott sagt, in den Niederbund, dass er selbst, weil er Gott sein will, und sie sind alle meine Kinder sein. So, hier bröcke wir loszuloten, und da hängt er an, sagt er, nur bröcke, und er kann es nicht sein, nur bröcke die Vorder nicht mehr, dem Sehen versehen, gerade, wo er eine Entscheidung umgelegt hat. Wenn es das Wort geläht, von diesen Heiligen Jes, nur das Niederbund noch. Und Gott selbst, will dort ein, mein Sehen, sein Wort, dann schriebe, und dort will ich auch nicht sein. Wenn ich ihm dort nicht kann, ohne sein, dann darf ich ihm nicht loszuloten. Oh, das ist manchmal schwer, vorerst zu sein, wenn ein 18, 20, 25, oder 40 Jahre, ein Junge, ein Fehler macht, was die Götzeuge kostet, sein, und mit dieser Erfahrung, er wird eine Wundung ran. Und wenn es danach geht, wenn er ihm dort immer loszuloten ist, wenn es Gott kann, er ihm da mal tragen. Die Züchtigung von Gott, will wir dulden, und er will wir uns die Töne, die Leute dulden. Wir wollen nicht versägen, diese Züchtigung weiternehmen. Und er versägen, vorst du hole, in meiner Züchtigung, wenn er dort nicht wird, ohne Wundung ran. Gott hat seinen Plan dabei. Er sagt, wie bröcke ich mir den Krieg fährseien. Wahrheit, weil ich nicht verstohlen bin, dass wir, wenn ich ein Junge warnen, wir können den Rot geben, wir können den Halpen, wir können den Plan sein, wenn es dazu ist, was passieren kann, aber danach bröcke ich, wie er dort übergeben kann. Ich spreche auch, Vers 33, ich sage, hier ist die Züchtigung, die macht euch weise, lasst sie nicht fahren, und hörst du mal. Hier will ich euch sagen, zu den Jungen, hörst du nur diese Züchtigung, was er kommt. Wenn es dort kommt, ich will halt, ich sage, es sind zwei Wege, weise, die wir einigen sind, durch Erfahrung, und das andere sind Frauen. In der Bibel sagt es sogar, wir können Gottfrauen schreiben, weise es. Vielmehr wollen wir Gottfrauen, wo wir weise es kriegen, dann schickt er uns eine Erfahrung, wo wir mit weise waren. Aber wir können noch Frauen gehen, das wird hier gesagt, hörst du nur die Züchtigung, hörst du nur die Weisheit, wo er den Führer designen hat, dort will ich die aus Sehnung sein, hörst du nur das, schmied er nicht weich, wenn es, dort kann die Fehl halten. Sprich er drittchen, achtchen, wer die Zücht vorlagt, der wird warm, und kommt zu schaden. So, ich will hier absolut, keinmal sohn, zurückbringen, da hat nicht gut, als älder, zu Frauen, da hat nicht gut, als älder, gehörsam zu sein, aber hier mag, was passieren, was zwischen Vorder und Sehen losgelassen wird. Wie es vor der Brücke, das losgelassen, und wie können dann einmal, diese Rödsinn, erklärungen geben, und die Jungen sagen, weil sie sagen, berügt dich, da ist, wo sie so viele Dinge, keine beschützt waren, dass sie nicht berügt, um waren, dass sie nicht zu schaden waren, durch die Straf, was Gottchen vorlagt, zu kommen. Wenn sie war ein Hörchen, nur das Röds, was die Älder geben, da ist, was sie nicht kann, zu gerüten Ehren kommen. Wenn du versächtig besser fragst, und du nimmst die Rödsinn, was die Älder tun, und du hast die Staub nachher, wo wirklich die Älder wird nur die kommen, wo die traf, durch das Wort, durch die du genommen hast, von dem weiss das wir. Sprecher 5 in Vers 5 sagt es, ein Narr, der lädt von dem Vordersehnen Zucht los, oder der lastet die Zucht. Aber wer die Straf annimmt, das Glück. Und das Wort, wie seinen Ewa an Ewa, und dazu kriegt, was in unserer Familie das Fehlstätten ist. Wenn ich meinen Vorderred, was der 18 oder 20 Jahre Jungs hat, dann red ich von, wo steckt sein, ich seh den Vorder, was das ist. Der hat auf Nienich in Bettlaue gekriegt. Ich habe meine Jungs später behandelt, als mein Vorder mit. Weil ich würde sagen, er hat wahrscheinlich auch nicht den Rott genommen vom Vorder. Nur geläuft, er mag das Drage, wenn ich mit dem 18 Jahre Jungs rede, das ist seltsam. Wir sind eckig und wir sind haaransichting verbattert. So geht der Strom rauf. Und hier sagt es, wer sind vor der Siene zucht lastet, der wird an Straf kommen. Und wer die annimmt, der wird klug geworden. Hebräer Kapitel 12, da redet von Jesus, ist, dass er die anfangen und er ist auch die, vor dich macht am glauben. Und er er dulde, dass er reeds und er schaunt. Und er ist, er er ist, die Gottes. In Hebräer 12 ist ein sehr feines Beispiel, und diese Erziehung, was wir als Älger die Jungs lehren wollen, und was die Jungs von der Älger nehmen können. Wenn die Straf und er kann sagen, lehren werden, dann er dulde, wenn du so fehlst das schwach. Wenn wir haben diesen Jesus, was diese Lehre, was he von Gott kriegt, sein, hebt diese Ede um ans zu raden, da er dulde hy, dass er reeds in die Schoen, was he drehen muss. He ging hier und muss veracht feilen von Gott. Man tot alle toop, je want hy, dass hy in Raas die Gottes hat. Und das will ich jung sein. Want die worden jene älger gehoorzaam sein, auf die stede wie Jesus feile, dat Acht in Magmiestad nischt. Wann die dort erdulde kost, dann kann sein, was du eine große Ehe kriege durch dort, wo du dein Foder bewiesen hast. Und nicht bloß von dein Foder, von den Menschen, er besit sein. Dort sein dir sehr gut, wenn die Jungen ab zum Bisch bei den Foder behandel dich noch reich. Aber ihr sind da un , Juhursam, die Drehende Scham, wann die dort erdulde daunen, dort jav den großen Verracht entnommen. Und nicht bloß natürlich und geschtlich. Und nicht bloß geschtlich und natürlich. Ich hatte die Säine, so die Jungen, die dort durchkommen daunen, die kriegen eine große Anerkennung bei anderen Menschen. Die Säine, das Jungen, was nicht bloß eckig ist. Das Jungen, die kann los te drehen. Die sterbt nicht vor zu armen. Das wird ich arbeit er tun. Denk mal an, was von Jens staut. Jesus erdulde muss von all die Sünder. Und so will wir nicht mal ans Mot do luten. Jungen, wenn Jens manchmal schwor ist, Papa gehörsam zu sein, ob er do tut. Denn wenn du auch grotes Jensprich schämt, ob er do tut, wort nicht mautlos, der Dach schämt, wo er am drehen wird. Wenn die wirklich noch nicht do gechämft. Was do schämt vermeint ist, dass wir uns ein Fleisch losloten und wir er jäwe uns der Allmacht. Hier sagt es in 4. Versch wir haben nicht auf Blut die sind gechämft. Jesus Christus steht. Se Blut leid heranen für andere Menschen sind nicht wo sie eine. Und ab dort haben wir noch gekämpft. Wir können nach Däup gehen und diese Dinge erdulden. Die haben vielleicht verjitten was von großer Trost das als Kind Gottes zu halten. Wenn wir daran denken was hat gebrückt hat dass wir wirklich seine Kinder heute gehen dann werden nicht diese Züchstigung was hier passieren hat von uns himmlischen Vod hier rechnen achten. Verzorg nicht wenn die von Amt getroffen ist. Verzorg nicht wenn die solchen Kampf kommen hat. Und das ist was in Vod sehen und betracht kommen hat. Und das ist was in Vod betracht kommen hat wenn er den Jungen los laht. Dann man hat ihn los los lohten. Wenn ich will haben sehen das so lebe was ich gesagt hat und ich loht ihn los dann kann ich nicht mit schlappen. Dann brauche ich das los te lohten. Aber mein Ziel las das ein Kind Gottes kon sein. Und dann brauche ich diese Züchstigung. Weet ihr was ich habe ihm gesagt das wie King ab geteiden. Ich habe niemals gewusst dass ich verleere würden. Ich habe keine von anderen kinder mens geleert was jeder Kind hat mit geleert. Und das hat kriegt man das zu tun. Dass einer die los leute hat und wenn eine die los leute hat mit einer frech leeren in vorder zu sehen zu so ein was leute 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 hat und do bern voraus was das beleefd hat weite von worden gered do bern hab to leeren und das geht bloß so wieder und wieder wanne er ist ein groot voraus ist das seltschen betracht wot dat einer mit der groot sehns wo viel ist eine schuld die te warn wo viel ist eine schuld die te sehne wo kann alle wei mit und wo nicht dort sind hunderte duzende dinge wo wie eine züchtigung eine abbetrachtung kriegen so denkt nicht so die junge menschen und vielleicht noch ein junger und vielleicht ein jungen würde sagen ich alle schwach wenn ich sie jung aber und das sieht nach jungen lernen ich brauche noch immer zu lernen und so dass die haare mich züchtigen hat mich aus dem grot und dort brauche wir anzunehmen wenn wir nicht gering achten wenn wir viel schätzen und ich will nicht verzorgen werden und ich nicht wenn sie sie in der haare gott ist ich kann mich auf arm verlotten wenn sie das sehste klam wo sind vora was sind sehn nicht strofe wird so der gar anz es ist eine strofe nicht weise denk nee eine strofe ist ein sehr wertvoll denk wenn es wie brücke dort dort ist eine lei was wie finger down und dort ist auch eine lei was wie vor das an die jungen channe geben wenn die diese züchtigung er dulden dort meint wenn ich als ein groß vor ding begehen da wo ich frisch mit leeren an zu gonne mit chingen und groß chingen dann will ich dort er dulden mich freie wenn es dort der ich das got ans chingen an mit diese leere nehmen wieder los loten und an nehmen whatever man an will do mit wo wie got seine chingen he schazt an seine chingen wenn es wo sind vora was sehn nicht stroft von jungen wo so wird wie uns nicht well strofe lot wenn wie von an se chint hat johre sind ewe gonne und menschen und wir sind in Gottes hund der ist dass wir jetzt sechtig war habe wir sind chingen wenn es war der vora das reichte chint der reichte vora der reichte chint sech der das ist eine leih to chint an chint an chint vom haren also diese erziehung diese zicht chint diese strof diese wahren wir an wollen das soll immer tun beden ist tun lewe und weisheit sein das ist ein fain ding wort wir klo haben das wird nie bunt leert an ziel an se chinger te erziehen es am haren das hat nicht ursacht viele von uns äldre wo sie ich will jungen haben dass die mich halbe boeren die sollen schau verlieren die sollen jeld merken die sollen ich will rekt worden das wird jungen haben weil ihr das ziel wird gleich wie wir das andere können dass das rekt worden das sehr schaffen das viel haben und viel ördische dinge zu töp zu schaffen und das ziel te ziel ein das ziel ist an die kinder ever zu bringen an got nam dass die door got was die kameram erhaben go das sei so klar dass wie war es erst in rekt got ist tragt dann wo es andere dinge kommen wie bröcke gottes biespel wo wie ons kind leren werden dat dort no wat to got sein wenn ein kind ist ein mens wird da wird verantwortlich gott in ever und da müssen wir als ouder an denken wie blieven ouder zu unsere kinder und don will die kinder worden wie treten alle die zähnungen von was unsere kinder don lot aber wir bröcke zu erkennen dass wir alle in Gott sind und dass wir unsere kinder verantwortlich machen Gott jene war wie mitte die mensch haben sei wat mein zähnere dacht has die mitte los loten und Gott ever geven wie bröcke die von unsere naturelige erziehung wo wir die leren schaffen wo wir die leren geld verwalten wo wir die leren befrien wo wir die all diese dinge leere natürlich vor ich te worden du bröcke wie diese erziehung los te loten und Gott die über jeven dort sie salz erinnert heim und fangen die hell die jahre ist wenn unsere chinger sich entscheiden Gott te folgen die hell die jahre ist wo das wieder leeren